Willkommen zu einem weiteren Video. Dieses Video wird unterstützt von MeinGorEnergie, Einfachstromladen und Auto Müller, Leistung mit Leidenschaft in vier Standorten. Nach der teilweise verregneten Verbrauchsfahrt bin ich jetzt hier angekommen, wieder an der Ladesäule in Berg und möchte für euch den nagelneuen Ioniq 5 mit der 58 kWh Batterie jetzt hier mal die Ladeleistung und die Ladekurve aufzeigen. Ich habe das Fahrzeug ja von Auto Müller bekommen, hier werden wir dann auch ein Bonusprogramm noch erarbeiten im Verbrauchsvideo der nächsten Stunden. Schaut da bitte mal rein, das ist was ganz Interessantes für euch. Ja schaut mal an, 169 kW bei 14%, 9 kWh reingeladen, 4 Minuten, 559 Volt, Wahnsinn und 304 Ampere. Also unglaublich, wie schnell das Fahrzeug lädt. Wenn man denkt, der alte Facelift und Vor-Facelift, die haben ja 70, teilweise 50 kW nur geladen und hier haut der Ioniq 5 mal richtig einen raus, 170 kW, schaut euch das mal an. Sensationell, habe ich nie mitgerechnet. Es ist ja auch die Frage, es gibt ja zwei verschiedene, den 72 und die 58. Meiner Meinung nach, ein Geheimtipp von mir, ich würde mir den 58 kaufen, aber wenn ich die Ladeleistung sehe, dann brauche ich den großen gar nicht, weil dann stecke ich ab an einem gewissen Prozentsatz, das zeige ich euch dann später auch nochmal an der Ladekurve und dann ist der kleine auch wesentlich günstiger und die PS-Zahl und die KW-Zahl von der Leistung reichen vollkommen aus, habe ich ja getestet jetzt hier auf der Verbrauchsstrecke. 44%, schaut euch das an und lädt immer noch mit 142 kW. Es ist wirklich eine Sensation, also wirklich ein tolles Ergebnis für den Yonda Ioniq 5. Was haben wir alles über das Facelift? Ah, der lädt so langsam und jetzt haut Yonda mal einen richtig raus. Also das ist toll und das verkürzt natürlich dann auch die Ladezeiten, die Wartezeiten an der Ladesäule. Das ist meiner Ansicht nach jetzt durchaus Niveau vom Model 3, was er hier zeigt. Das ist schon echt klasse und jetzt flacht er zwar ab, hier hat er mal einen kurzen Fehler gehabt bei 60%. Und wenn wir uns das weiter jetzt anschauen, das ist auch nur ganz kurz, jetzt fährt er wieder hoch. Ich habe dann auch ab und zu mal den Monitor sauber machen müssen, weil es hat doch relativ stark geregnet. Ich hatte einen großen Schirm und da war ich dann drunter gestanden. Und dann konnte ich euch dieses Video jetzt hier präsentieren. 68%. Wir machen das Video heute wieder von 0 bis 90%. Am Schluss, wie ihr es gewohnt seid, bekommt ihr wieder eine Ladekurve. Dann könnt ihr schön sehen, wie der Ioniq 5 dann auch lädt, der 58 kWh, also nicht der große, der 72, sondern der 58. Er soll wohl maximal 180 kW Ladeleistung laut Yonda bringen. Wir schauen mal, wie weit wir heute kommen. Ja, 78%. Ich habe jetzt hier die 6,6-fache Geschwindigkeit gewählt, um das in rund 4 Minuten für euch kompakt dann auch zu zeigen. Die Spannung ist natürlich toll, 600 Volt, das ist natürlich schon eine coole Geschichte. Und da tut man sich auf jeden Fall leichter, so eine hohe Ladeleistung hinzubekommen. Man könnte das zwar auch mit 400 Volt, aber wie gesagt, mein Tipp, dass wir die nächsten Fahrzeuge tendenziell eher an die 800-Volt-Technik angehen. Ich hatte das in Vorvideos auch schon öfters gesagt. Für mich ist die Zukunft die 800-Volt-Technik. Ja, schaut euch das an, 52 Kilowattstunden. Und wir sind gleich durch, sensationell. Er lädt jetzt natürlich nur noch mit 47 kW. 87% mittlerweile. Die Assistenzsysteme gehen wir dann im Verbrauchsvideo ein. Das wird aber bald kommen, in die Stunden. Ich bin jetzt gerade am Schneiden noch und also wirklich Zeit nach für euch und abonniert da den Kanal, dann verpasst ihr auch nichts, drückt die Glocke. So, wir sind durch, gleich 90%. Und wir gehen rein in die Ladekurve. Hyundai Ioniq 5 Ladekurve bei 16 Grad Außentemperatur. Ladeleistung 55,200 Kilowattstunden in sensationellen 27 Minuten. Schaut euch das mal an. Das ist also echt ein Hammer, was hier Hyundai abliefert. Wenn man denkt, die Fahrzeuge vor, ich bin ja vorhin nochmal drauf eingegangen, der Ioniq. Da war ja jetzt auch nicht der Schnelllader und jetzt hat man mal richtig drauf gesetzt. Und wir haben hier einen kurzen Fehler auch drin. Das seht ihr dann in der Mitte des Bildes. Da flacht er 2% einmal ganz kurz ab. Fängt sich aber dann wieder. Wie gesagt, es hat stark geregnet. War es die Ladesäule? War es ein kurzer Bug vielleicht vom Fahrzeug? Ich kann es nicht sagen. Aber ich gehe mal davon aus, dass das durchaus mit Software-Updates oder jetzt einfach nur an dieser Ladesäule das Problem war. 100%ig kann ich es immer nie ausschließen. Ich gehe mal davon aus, dass die Linear dann noch durchgeht. Und dann sind wir vielleicht nochmal eine Minute schneller. Aber wie gesagt, die Ladekurve ist schon ziemlich perfekt. Geht auch oben fast bis 180 kW in der Ladeleistung. Wie gesagt, wieder mit 0% nach der Verbrauchsfahrt herangefahren. Ich habe wirklich alles für euch rausgeholt. Das Wetter war aber echt schwierig diesmal. Ich werde aber trotzdem in die Bewertung natürlich damit reinnehmen, dass wir haben teilweise bis 50-60% hat es geregnet an der Strecke. Und das schmälert natürlich schon ein bisschen die Reichweite. Aber wie gesagt, in ein paar Stunden habt ihr dann auch das Verbrauchsvideo. Ja gut, ich denke, dann haben wir soweit alles gesagt. Wenn ihr eure Strecke planen, könnt ihr gerne diese Ladeskizze, Ladekurve jetzt hierher nehmen, wann ihr am besten absteckt. Und ich bleibe dabei, das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Ladekurve, was hier Hyundai uns zeigt. Und in diesem Sinne sage ich danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und gebt mir ein Like, auf jeden Fall Daumen hoch. Wenn ja, dann abonniert meinen Kanal. Und wir sehen uns bei der Verbrauchsfahrt die nächsten Stunden wieder. Macht's gut, Servus.